Aber im Endeffekt wurde es so überhaupt nicht genutzt, was ich ein bisschen schade finde. Ach da. Ne da. Hä? Bin doch von oben gekommen. Da muss ich hoch. Ja gut, da bin ich vorbeigelaufen, um den Sniper hier hinzukillen. Das müsste hier eigentlich dann der... Ja, das ist der Kran, den man halt nutzen kann. Okay. So, was passiert jetzt? Ja, da kommen auf ihn schon mal die Ersten. Gut, er springt runter. Wir werden wieder mal hinterher gehen. Aber solange da nicht groß ist, irgendwas Großes kommt, gehe ich damit auf jeden Fall voll klar. Aber das ist jetzt so relativ frei. Da würde ich schon fast schätzen, dass man hier irgendwie nochmal auf was Größeres stößt. Oder halt wieder so einen Kampfford hat. Die Frage ist halt, von wo. Auf jeden Fall keiner. Da halt auch keiner. Ich habe mich unterwegs durch Herbworts Daten gefühlt und einen Bericht über Alma gefunden, den du hören solltest. Mit acht wurde Alma Wade in die Kammer gebracht. Ihr eigener Vater steckte sie in einen Suspensionstank und versetzte sie ins Koma. Er dachte, dass sie nie mehr daraus erwachen würde. Nun, mit 15 erwachte sie, nachdem sie den ersten Prototyp zur Welt gebracht hatte. Der zweite Prototyp kam ein Jahr später zur Welt. Auch bei ihm erwachte sie. Sie mochte es nicht, dass man ihr die Babys wegnahm. Jahre später entschied man, dass sie zu gefährlich sei, nachdem man erkannt hatte, dass sie die Handlungen des zweiten Prototyps beeinflusste, obwohl sie bewusstlos tief unter der Erde in einem telesthetischen Unterdrückungsfeld eingesperrt war. Man schaltete die Lebensunterstützungssysteme ab und versiegelte die Anlage. Man wollte sie in dem lausigen Tank, in dem sie seit ihrer Kindheit trieb, im Fruchtwasser ertrinken lassen. Ihr Herz quittierte den Dienst, aber ihre psychische Signatur nicht. Nur wenige können sich einfach weigern zu sterben. Paul & Wade hat recht. Wir schaffen uns unsere eigenen Monster, die uns dann heimsuchen. Okay. Okay. Und das ist unser Aufzug nach Still Island, würde ich jetzt mal schätzen. Oh Mann. Ich frage mich halt, was ich von mir will. Was habe ich damit jetzt zu tun? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da komme ich jetzt nicht lang. Muss ich jetzt echt einen Umweg laufen oder was? Nee. Als ob man das nicht als irgendwie so einen kleinen Jump'n'Run machen kann. Oh? Na doch. Ich keine Ahnung, ob das so gedacht ist. Ich würde sogar schon fast sagen, ja. Ja. Na, komm. Okay. Man muss sie halt nochmal sehen. Als ob. Ich bin da durchgeglitscht. Dafür kann ich ja nur nichts. Den Tod erkenne ich definitiv nicht an. Ich bin da durchgeglitscht. Ich bin da unten durchgeglitscht. Durch den Boden. Sollen wir denn ein Baby sein oder was? Was will die von uns? Das verstehe ich halt nicht ganz. Vor allem, wie habe ich das gerade ausgelöst? Okay. Jetzt häng ich. Ich verstehe den Sinn halt hier gerade nicht. Weil hier kommen wir ja nicht rüber. Und alles kommen wir da nicht rüber. Man hat ja gesehen, dass es ein Ding ist. Okay. Okay. Muss man glaube ich nicht verstehen. Was das gerade gewesen ist. Dass ich da halt unten in den Boden halt reingeglitscht bin. Aber. Wir sind Still Island. Das ist natürlich jetzt doof. Hätte ich uns nicht ein bisschen früher angreifen können, dann hätte ich das Medikit noch mitnehmen können. Naja gut. Egal. Knapp 300 Schuss. 293 Schuss hier am Start. Abgeschlossen. Annäherung. Und ich würde sagen, wir sind Still Island. Wir werden wahrscheinlich jetzt in die letzte Mission reinkommen. Ich mache jetzt aber eine ganz kurze Pause. Kurz was trinken. Alles drum und dran. Und dann machen wir hier auf jeden Fall weiter. Also bis gleich. So. Da bin ich mir und ich würde sagen, auf geht's. Gehen sie zum telestischen Verstärker auf Still Island. Ja. Würde ich mal sagen. Wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so weit sein. Würde ich jetzt mal schätzen. Weil wir haben keine Waffe mehr. Hier sieht alles. sehr na ja aus. Bringt sie in die Kammer. Okay. Oh Leute. Wir haben doch wieder Waffe. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt so weiter gehen. Das ist der Baum mit der Schaukel. Aha. Okay. Stokes. Wir haben hier Bewegung. Viel Bewegung. Haltet sie auf, solange ihr könnt. Aber kein Risiko eingehen. Wenn es zu heiß wird, verschwindet ihr da gefälligt. Ich lasse ihn nicht allein, LT. Sie befolgen den Befehl. Quatsch. Stellen Sie mich vor das Kriegsgericht, falls wir überleben. Hm. Keine Ahnung, was gerade mit dem los war. Aber. Mir egal. Okay, wir müssen doch noch ein bisschen hier fighten. Definitiv nicht mehr gerechnet. Ja gut, das wäre auch ein bisschen zu einfach, ne? Bisschen zu kurz gewesen. Du kommst an, gehst da rein. Hey, Alma, was geht? Ich mache dich jetzt kaputt. Aber, naja, gut, hätte ich mir auch denken können, dass es ein bisschen einfach war. Achso, das sind meine Mates. So. Rede mit mir, Manny. Wie läuft's? Sie wirken nicht sehr koordiniert. Sieht nicht nach einem organisierten Angriff aus. Sieht nicht nach einem organisierten Angriff aus. Sieht nicht nachher an der Haft. Okay. Ich denke mal, die wollen einfach nur jetzt... Keine Ahnung, ob die mich killen wollen, aufhalten wollen. Ich glaube, die wollen mich einfach nur aufhalten, wenn er sagt, dass sie einfach nur auftauchen an Matze, würde halt ja Sinn ergeben. Dass die mich halt nur versuchen wollen, aufzuhalten, da irgendwie hinzukommen. Denke ich jetzt mal. Ansonsten wird es ja eher koordiniert sein, wenn es ein direkter Angriff wäre. Aber na gut. Mal schauen. Solange hier keine Powerarmor wieder nochmal kommt. Obwohl, wir sind eigentlich auch gegen die ganz gut gewappnet. Äh, gewappnet. Wir haben... Äh, unseren Raketenwerfer immer noch am Start. Wir haben... Schockgranaten, um das Schülteil drunter zu fahren. Aber von daher... Braucht man dafür eigentlich auch keine Angst haben. Wir haben... Die Medi-Kids noch am Start. Zwei Stück. Da ist unser APC. Muss ich da durch? Oder muss ich da hoch? Du bist mir ein echt ausgebuffter Drecksack. Schließen sie zu Tenant. Und Sergeant auf. Habe ich. Genau hier durch. Mist. Stokes. Die Schalttafel hat einen Schuss abbekommen. Kannst du die Tür von dir aus öffnen? Ich denke schon. Einen Moment. Unter. Feuer, Feuer, Gott. Mach schnell. Jetzt haupt gerade ein paar zu spät, Begäste auf. Weck it. Geh in das Geschütz auf dem APC. Ruh, ich darf wieder Geschützpillen. Sehr geil. Aber interessant, dass man hier auch ein bisschen Sachen zerstören kann. Muss man mal loben. Hat jetzt keinen großen Effekt jetzt irgendwas. Muss ich leider immer zugeben. Aber es sieht halt schon gut aus. Wenn man da halt so eine halbe Auswand da wegnehmen kann. Das habe ich ja kaputt gemacht. Aber overall. Wir sind jetzt nicht ganz so berauschen, muss man jetzt dazu sagen. Aber wenn auf jeden Fall eine mit einem Raketenwerfer hin und her. So, den würde ich jetzt erstmal unbedingt holen. Ansonsten ist mein APC kaputt. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen auf meine Dinge jetzt aufpassen auf die Lebensbar. Halt aber wie lange kann sie denn brauchen, bis da die Tür entriegelt wurde. Außer sie muss das Ding erst noch hacken oder überbrücken oder sowas. Gut, doch das, ja gut. Das kann halt ein bisschen länger dauern. Aber interessant, dass das hier halt so extrem laut ist. Die SFX. Ich habe die Tür ist auf. Manny wird uns den Rücken frei halten. Ich will keine Überraschung. Verstanden, Lieutenant. Fremd sich mit First Lieutenant Stux. Hey Beckett. Viel Glück, Mann. Yo. Werde ich auf jeden Fall brauchen. Stand clear of doors. Abschnitt 07. Vereinigung. Okay. Das heißt, wir sind wahrscheinlich... Alter. Wahrscheinlich wirklich jetzt in der letzten... Ja gut, wir sind still eine. Was soll da großartig kommen? Vielleicht noch ein Epilog oder sowas, aber das war's. Würde ich jetzt mal schätzen. Weil wir sind jetzt da, wo wir halt hin sollen. Da ist Stux. Jaja, entspann dich mal. Da haben wir noch mal zu lesen. Haben wir hier noch irgendwie Munition oder sowas? Ne. Mal schauen, was dieser Bericht hier nochmal sagt. Wenn die letzten wahnsinnigen Daten aus der Kammer stimmen, wird der Feldgenerator nicht die Wirkung haben, die wir uns erhoffen. Wir können sie nicht mehr kontrollieren, aber wir können sie vielleicht vernichten, wenn die Voraussetzungen stimmen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Hey, gut dich zu sehen. Ich wusste nicht, ob du es schaffst. Ich dachte nicht, dass wir es schaffen. Okay. Ja, wir haben halt immer noch Keegan. Der ist noch so ein Problem, was? Ich bin sicher, was passiert, wenn Alma auftaucht. Hoffentlich ist das nicht so wie im Horrorfilm, wo sie deine Gedanken liest und deine tiefsten Ängste gegen dich verwendet. Das wäre übel. Was auch geschieht, du solltest wissen, dass niemand hätte tun können, was du heute getan hast, Bagget. Wenn wir hier rauskommen, dann nur dank dir. Ja. Okay. Aber hier muss doch irgendwo diese komische Generatorin sein oder nicht. Darf ich hier? Carsten, ich möchte Sie kurz auf den neuesten Stand der Sachlage hier bringen. Ich konnte einen der Habinger Kandidaten in die TAC lotsen. Er wirkt nun wie ein Signal für Alma. Okay. Wenn wir ihn in die Eindämmungsanlage bringen können, kann ich Alma hoffentlich dorthin locken und einsperren. Ich verstehe, dass sie über den unglücklichen Zwischenschwall verärgert sind. Doch es besteht noch immer Hoffnung auf eine befriedigende Lösung. Ich habe sicherlich meinen Teil der Verantwortung zu übernehmen für das, was passiert ist. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich immer im besten Interesse von Amerikan gehandelt habe. Wenn Sie glauben, dass ich für das Unternehmen nicht länger von Nutzen bin, werde ich zurücktreten. Aber wir sollten die Alternativen diskutieren, wenn ich Alma erst einmal unter Kontrolle habe. Mit besten Grüßen, Genevieve Aristide. Okay. Siehst du, die Olli gibt es ja auch noch. Mich würde es jetzt nicht... Achso, okay, die kommt mir hinterher. Dann bringen wir es hinter uns.